Musik Der PC-1011 eignet sich optimal als Kalorienzähler für alle figurbewussten Sportler. Musik Ideal für ein gesundheitsorientiertes Training bietet der PULS-Computer die Möglichkeit, eine individuelle Trainingszone einzustellen. Die Trainingszonen Fit und Fett werden hingegen anhand der persönlichen Angaben des Sportlers automatisch errechnet. Musik Der Zonenindikator und wahlweise auch der akustische Zonenalarm erinnert den Läufer daran, im gewählten Herzverkennzbereich zu trainieren. Musik Das übersichtliche, dreizeilige Display informiert beispielsweise über den aktuellen PULS, die verbrauchten Kalorien, die Trainingszeit sowie die Anzeige der Trainingszeit in der eingestellten Zone. Mit drei Tasten ist der PC-1011 während des Trainings ganz einfach zu bedienen. In den Farben Blue, Purple und Grey passt die sportive Uhr an jedes Frauen- und Männerhandgelenk, auch außerhalb des Sports. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020